Ich hole ihn mir! Echt? Will ich sehen. Suche vordsetzen. Zehn, vier. Geh, holst ihn! Oh! Hey! Du Schweinehund. Kannst dich doch nicht einfach bewegen. Da bewegt er sich einfach. Ich hoffe, mich anzuschießen. Anzuschießen. Kommt ihn zurück! Kommt ihn zurück! Na toll. Dabei wollte ich doch ganz gemütlich von der Seite und so. Soll ich das wieder alles machen, weil ich wieder nicht gespeichert war? Na gut. Also noch einmal. Noch einmal von Wohne. Das müssen wir hier hoch. Dafür brauchen wir. Kisten. Was? Ja, geh mal lieber nachgucken. Oh oh. Ja. Mach mal. Ja, ist nix da. Sagt er. Ist nichts da. Na komm. Kiste. Kommen wir hier schon da hoch? Ach komm, Jensen. Wir wollen jetzt da hoch. Gut, dann machen wir das so. Hüpf. Hüpf. Und. Hüpf. Okay. Oh. Da hoch. Nein, das geht auch. Da hoch. Okay. Okay. Dann haben wir tatsächlich alles gefunden für den alten Raketenwerfer. Na ja, gut. Machst du halt nix. So. Ne. Da war die falsche Taste. Die wollte ich drücken. Das kombinieren wir damit. Nehmen wir das wieder auf. Und speichern das einmal ab. Und dann warten wir mal kurz. Ob da noch was kommt. Ach, wir haben da immer noch die olle. Granate. Die müssen wir mal auslösen. Ähm. Tja. Aber wie kommen wir denn jetzt hier wieder raus? So wie das hier aussieht. Bring die hier alle um die Ecke. Da ist das Geschütz. Oh je. Schauen wir mal, ob wir von der anderen Seite da rüber kommen. Aber ich zweifle an ihrer Weizung. Ja, ja. Bla, 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 bla. Natürlich toll, wie die da alle rüber gucken. Wir müssen ja eigentlich eben wieder nur rüber kommen. Tja. Aber wie? Wie kommen wir da rüber? Oh, nö. Wie kann er mich denn gesehen haben? Ja, vielleicht war das sogar gut, dass der mich gesehen hat. Oder auch nicht. Was passiert denn, wenn wir da in die Kiste hin tun? Das Leben dieser Soldaten bedeutet Ihnen noch die 20 Sekunden. Nö, ist mir alles... Egal. Warte. Sehen die mich? Ich versuch mal was. Wenn das klappt, ist das ziemlich blöd. Und lustig. Ja, guck mal weg. Ja, Kiste. Das ist ziemlich bescheuert, was ich hier mache. Das ist ein Elikopter, hierhin. Sie kennen das nach mir. Ah, ja. Ist das blöd. Na ja, gut. Wenn es klappt. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, oh. Oh, oh. Nein. Oh, oh. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich bin wichtig. Uiuiui. Oh, das ist nicht geplant. Richtig. Was? Nein. Hier gibt es nicht zu sehen. Das ist nicht der Jensen, den ihr sucht. Ja, wie? Das war's? Jetzt lasst ihr euren Kumpel da so liegen? Seid ihr denn drauf? Ja, ja. Nur eine Frage der Zeit. Ich weiß. So. Benutzen wir das mal. Ja, ist das bescheid. Oh, ich gehe hier mal schnell nach oben. Hol den, hol den. Mal sehen. Ähm. Kommen wir hier ran? Terminals, 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 Blablabla. Haben wir schon alles gelesen. Haben wir hier noch? Da brauchen wir nicht. PDA. Einheiten, Blablabla, Truppenführung, Passwort. Klappe halten. Hacken, kein Code gefunden. Nein. 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 Oh. Uiuiuiuiui. Uiuiuiui. Uiuiuiuiui. Das war knapp. Er hätte doch stief gehen können. Wollt macht er da ganz langsam? Wollt ihr Schnecke oder was? Ich bin ein kleines Schneckchen. Oh jeuiuiuiuiuiui. Uiuiuiuiuiui. Ich bin schon so ein Held. So. Leg dich mal zu deinen Freunden. Ja. Ist okay. Warte. Update. Sonst hat er ihnen ein Update. Das ist es auch nicht. Oder? Erkennen. Stufe 3. Na gut. Haben wir sonst noch hier irgendwas? Wir haben halt nach unten noch die Solle. Die Olle. Das ist auch nur Geschütz. Aber sonst. Ja. Haben wir eh keinen Zugriff. Na gut. Dann können wir auch so weiter gehen. Ja. Ja ja. Du bist so ein Laber, Hannes. Bist du. Das war es aber auch. Sie haben es geschafft. Soll ich sie jetzt bewundern oder bin mitleiden? Sie haben mich für meine Taten verurteilt. Aber sehen sie nur, was sie in Kauf genommen haben, um eine Frau zu finden. Ja, mach schade. Aber egal. Nach allem, was ich gehört habe, nützen sie mir auch tot noch etwas. Wie tot. Ja ja. Bla bla. Oh je, da oben haben wir einen. Dann haben wir den ollen Roboter. Okay, der schießt von da aus. Den treffe ich doch nie. Nie ohne nimmer treffe ich den von hier aus. Ähm, ja. Okay, der ist zumindest schon mal tot. Okay, der ist auf der Seite fokussiert. Nein, lass mich. Lass mich in Ruhe. Du böses Roboter-Ding. Häng, häng, häng. Terminiert nun mal. Ich glaube, das bringt so nix. Mal nachlauten. Okay, das bringt so nix. Ähm. Oh, oh. Nicht mehr Raketen. Bist du irre? Okay. Ja, der kommt zurück. Sieben. Hm. Das hilft also sehr. Okay. Aber kaputt geht der dadurch nicht. Schnell weg. Dadam, dadam. Oh. Ja, ja. Genau. Ziel erfasst. Wenn Sie diese Basis verlassen wollen, ist sie an mir vorbei. Vorbeid. So. Nehmen wir hier alles mal weg. Alter. So. Fies. So. Voll, 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 voll. Füh, voll. Okay. Der ist weg. Ähm. Ja. Vielleicht habe ich keine Munition mehr. Für den Typen da oben. Fies ist auf der Flucht. Er fliegt. Zuflust der Halber. Sie lebt. Sie lebt. So kurzsichtig. Sie betäuscht mich. Wie kann ein Zuflust segern? Also. Okay. Erste Deckung. Wo seid ihr denn? Da ist er. Nein. Warte. Alter. Hallo? Ich kann doch mal aufhören. Das Vieh ist echt nervig. Oh shit. No, 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 no. So. Sie scheinen zu decken, sie entschuldigen zu ihren eigenen Morden. Oje, oje, hier komme ich ja nicht weg. Hier komme ich nicht wieder weg. Oh, nehmen wir den mit. Sie sind eigenwillig. Das mag ihnen in der Vergangenheit geholfen haben. Aber letztlich nutzen es nichts. Danke schön. Danke schön. Bleiben in Position. Oh je, oh je, oh je, wie komme ich jetzt hier wieder weg? Ja, championier du mal! Aber nicht mich! Uiuiui! Ich habe gar keine Munition mehr! Dafür habe ich schon gar keine Munition mehr! Wie uncool! Keine Munition mehr! Stufe 5 Ah, toll! Hey! Idiot! Ich hatte überlegt, sie zu rekrutieren! Aber jetzt ist mir klar, dass sie nie ein guter Soldat sein werden! So! Ich speichere jetzt trotzdem mal! Und springe hier rein! Und springe hier rein! Wie, das ist alles? Was ist alles? Das ist alles? Ähm... Okay... Hier haben wir noch ein paar Anweisungen... Lieferbestätigung... Und... Und... Nichts im Schrank! Ähm... Ehm... Wo denn? Ist das eine Irre? Ich werde stehen bleiben! Ich darf auf mich zu schießen! Oh... Oh... Achso, die ist schon... Da drinne! Achso! 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 Von wo denn? Standard-Munition... Standard-Munition... Oh, das benutzen wir einfach mal! Ähm... Das können wir auch benutzen! Kann ich denn mal weglegen? Schrotpatron... Ne... MP-Munition... Die können wir weglegen! Kommt da eine! Na... Sieht nicht so aus! Na gut! Dann mal weiter! Im Text! Aber ich weiß immer noch nicht, wie ich hier wegkomme! Bin zwar jetzt hier drinne, aber...